So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal wie ihr seht, ich bin gerade vorhin aus der Dusche raus und habe mir gedacht, weil gestern lieberweise eine Dame mich inspiriert hat von euch und zwar Smoothie. Auch ich beginne täglich mit einem Smoothie und einer ganz besonderen Art. Also ich sage immer dieser Green Smoothie, Red Smoothie, was gerade im Supermarkt billig zu ergattern ist, denn die saisonalen Früchte, die gibt es ja immer günstig. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Kiwi, eine Banane, wie man sieht, die schon ein bisschen reif ist. Was ich gestern erzählt habe, niemals darf man vergessen, den wunderbaren Ingwer zur Desinfektion. Hier eine Orange, eine Karotte und was bei mir immer einfach sein muss, ihr seht, dieses Teil ist ein Apfelschäler. Ich habe immer wenig Zeit und Lust. Einmal kurz runterdrücken, raus ist der Stück und wir können eigentlich schon loslegen. Und Smoothie kennt ja jeder. Smoothie ist für mich immer so wichtig, Dünndarm, Dickdarm, Enddarm. Diese ganzen zerspaltenen Fasern reinigen unglaublich gut und vor allem sättigen. Und das ist mir immer wichtig, um ein bisschen Kilowatt zu reduzieren oder weniger zu essen, mache ich mir immer einen Smoothie. Ich gebe jetzt mal die Orange rein, zerkleiner die Karotte, mache die Banane rein, ganz easy, zack, zack, zack. Eine Kiwi, mache die Apfelstückchen noch rein, wenn sie reingehen. Einmal, zwei, einmal, dreimal. So, und jetzt ist eines ganz, ganz wichtig. Wir reden auch über Beauty und schönes und gesundes Aussehen. Leinöl. Mein Geheimtipp an euch. 100 Gramm Leinöl, muss man sich mal vorstellen, haben 55 Gramm essentielle Fettsäuren. Und zwar die Omega-3-Fettsäuren. Im Vergleich, ein Fisch von 100 Gramm hat 3 Gramm. Unglaublich, oder? 15 Mal so viel. Und da mache ich immer so einen guten Löffel, zeige euch das mal. So einen guten Löffel Leinöl mit rein. So einen Esslöffel. Und jetzt kommt es natürlich auch ganz, ganz wichtig, der Honig. Ein bisschen Honig ist ganz, ganz gesund. Brokkoli ist alles mit drin. Und was ich ja so liebe, ich halte die Dose extra weg, ich mache keine Schleichwerbung. Diese ganzen Aminosäuren, Vitamin D, Vitamin E, Eisen, Zink und so weiter. Da mache ich auch immer so einen Löffel mit rein. Und warum? Ich schaue immer, dass ich eine Mahlzeit im Grunde auslasse. Das Ganze, werdet ihr jetzt sehen, mache ich mit Wasser, und zwar Mineralwasser. Das schmeckt viel, viel, viel besser, wie ein normales Leitungswasser oder die fette Milch. Also ich schaue, dass ich da spare. Einmal lasse ich mal kurz euch weg. So den kurzen Lernpegel wollte ich euch natürlich ersparen. Ihr seht, fertig ist mein Smoothie. Und ich habe mir die Maschine auch gekauft. Ich mache natürlich keine Werbung, aber das Teil kostet unter 80 Euro. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Gönnt euch sowas. Ihr seht, ich beginne jetzt meinen Tag mit solch einer Mahlzeit und mit solch einer Power. Und vor allem natürlich auch gesunden Ernährung. Eine Mahlzeit fällt weg, Brötchen fallen weg, Kuchen fällt weg morgens, was man gebacken hat oder noch heimlich irgendwo rumstehen hat. Beginnt den Tag gesund, fit und vital. Ich freue mich auf euer Feedback, wenn ihr Ideen habt, jederzeit. Wir arbeiten miteinander und für unsere gegenseitige Gesundheit. Prost!